Ja, hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum Sonntagskonzert am zweiten Weihnachtstag. Zweiter Weihnachtstag aller Grund, fröhlich und zufrieden zu sein, happy zu sein. Und darum habe ich für heute auch gedacht, ich drehe ein Lied voll Freude, Happy von Pharrell Williams, von meinem Lieblingsarrangeur Ingmar Krause, gestanzt von Christian Wittmann aus Österreich, gedreht von mir, persönlich, für euch, für die gute Laune. Viel Spaß wünsche ich euch. Vielen Dank. 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 Das war's. Ja, ich wünsche euch noch einen fröhlichen Restadvent, wollte ich schon sagen, restlichen Weihnachtstag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute von mir für euch.